geht auch nicht verriegelt aha was war denn hier los hier hat irgendwer ein schäferstündchen wo ich den Stuhl nehmen hat irgendwie hier ein schäferstündchen gehalten mit irgendwie nix da kann ich konnte ich da was nehmen also das ist der der Junge Finger weg von Drogen mit das wird okay ich mache zu wer die ich mache Fingereck von Druck als ich muss doch darunter Schaub für die Liedelten Riege Lernlern an Worte mir hat das Kreuz hier wieder mit richtig hingetragen so jetzt sind wir in der Karin da ein Benzinkanister da ist er da und wo können wir noch Werkzeug für ihn finden neues Objekt ein trockener Lappen hier ist der Benzinkanister den tragen wir gleich ins Wohnzimmer kürz nein den nehmen wir auf jeden Fall jeden Fall schon mit weil wenn sie wieder Sommer wird Rausch nie dann legen wir den gleich mal hier hin naja ich soll ja eigentlich in der Wankerlöge da er ist da hier 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 Machen Machen Schnell Spiel vorsichtig draußen Der Boden kann sehr rutschig sein Gut, danke Alistair Du wirst nicht mehr viel Okay, Möglichkeit finden Ähm, ja, was also... Ich glaub, wir müssen irgendwas tun, dass er ausrutscht Weil, jetzt stand irgendwas mit Lapp Aber erstens... Was... Ah, ich weiß, für was wir den Lappen brauchen Ich glaub, ich weiß... Wie geht's denn meinem kleinen Kumpel heute? Gut, geht's ab, dir wird's bald nicht mehr gut gehen Hey, man kann sogar meine Fußspannen sind cool Cool Also, im Schuppen... Vielleicht ist hier noch Werkzeug Das sieht mir doch verdächtig aus Neues... Nagel Aha Ich weiß... Ich weiß... Ich weiß... Ich weiß... Okay... Hm... Was machen wir jetzt mit Alistair? Wir brauchen irgendwas, dass es rutschig wird Warte kurz, Lucius, ich bin gerade beschäftigt Okay, flecken wir jetzt mal Okay, sein Geist ist zu stark Was... Ein Glas Äußerst tödlich... Und was ist das? jetzt haben wir zweimal ratten gifte die das ist jetzt es ist denn willst du was vergessen es ist okay also Fähigkeiten dürfen nicht einsetzen entdeckt er uns gehen wir mal hoch der Alistair wie sie sind die er denn ins Gras die könnte die er ins Gras das sieht er verdächtig aus ich habe ein Backe ich habe keine Ahnung wie die Kombination lautet vielleicht hat er irgendwie sie im Schrank oder so wie macht jemand bringen jetzt den ich weiß es ich weiß es ich bin jetzt ein Monat hier was glauben sie wie lange sie eine wertvolle Polizei Ressource als Aufpasser für diese Snaps verschwenden ja als mir wird es auch fahrt wenn du jetzt wird es dir gut Junge ja und dir was geht ab Jo Bro so ich weiß wo wir hin müssen und ich weiß auch wo wir hingehen und zwar in die falsche Richtung wir müssen wieder runter weil wir nämlich ja Wasser dabei haben und jetzt können wir von der Eingangstür könnten wir unsere Wasserflasche ausleeren oder vielleicht sogar kombinieren mit dem Lappen so okay Lucius wie geht es denn meinem kleinen Kumpel heute so und jetzt machen wir hier die Tür auf so wir müssen auf jeden Fall irgendwas mit diesem Wasser hier machen ähm aha da auf sowas habe ich gewartet hab ich doch gewusst oh ich hab das Gift in der Hand das darf ja nicht sein nicht dass wir dann nehme ich lieber die Zahnbürste so jetzt komm her das darf ich suche aber immer noch die was brauchen wir Werkzeug hm warte kurz Lucius ich bin gerade beschäftigt tss tss sein Geist ist zu stark okay naja dann gehen wir jetzt einfach mal rüber weil ja keine Ahnung und wo ist überhaupt unser Hausmeister naja stimmt er hat er auch schon ins Gras gewissen aber wo hat er sein sein Zimmer hallo Verwandten oh mein Gott oh mein Gott muss er weg komm schon es ist Weihnachten macht uns essen und eine schöne Zeit hallo Liebling ich kann nicht glauben dass Agnes nicht mehr da ist warum und alles da so rein er sollte hier bei uns sein ich glaube die Dame des Hauses dreht durch oh was ist jetzt ohne das geht bestimmt verdammte Parasiten mit Gaffen wie ist das Essen hallo mein Junge James hallo Enkel jetzt wo du hier bist ist alles perfekt was soll das bedeuten hallo Lucius ja ich weiß und ich hab jetzt keine Ahnung was ich machen soll kommt der Typ jetzt mal ja ich suche das Hausmeisterzimmer wo das auch immer ist ich glaub das war im ersten Stock irgendwo aber ich glaub da können nicht rein oder was liegt denn da schönes was ist das denn irgendein Library ich glaube ins Labri vielleicht haben wir hier irgendwas in der Uhr vielleicht müssen wir ich hab's ich hab's wir nehmen jetzt Telekinese und und machen die Weihnachtsbeleuchtung im Arsch weil oder 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 schalten hier aus könnten wir auch machen oder so geht auch nachsehen und jetzt darf ich mich hier ganz schnell hießen sage jetzt mal so weil sonst es ist uns das heißt er ist der heute kann man wassertanzelt ohne dabei Verdacht zu erledigen mit einem was es ist wirklich nett dass sie mich zum bei uns ich bin sie okay gut dann dann filmen wir gleich mal dass okay die Wasserflasche haben wir nicht mehr dann brauchen wir sie wohl auch nicht mehr finde ich gut aha ja er ist er er ist ausgelöst hat sich den Rücken verletzt das hat nicht ganz funktioniert es fehlt die feiner schräg ich sollte mich hier nach einer Lösung umsuchen ja ich habe einige bedenken wegen der Entwicklung im Sohn wenn es möglich ist ja das heißt ich habe ich habe mir wohl den Rücken ausgerenkt vielleicht hier kann ich jetzt denken den Gb m m m im m m m m m m m m m Schraubenschlüsseler schlagen Stürmer Lusches Holhefisch ich habe ich keine hier keinem vielleicht schmeißen hier den Bezinkern ist der zufrieden also irgendwie die Feindabstellung hat er gesagt aber was können wir denn noch großartiges tun was könnten wir wir könnten hier so ein Fass nehmen hier gibt es bestimmt noch irgendwas zum holen ja ich glaube wir müssen jetzt erst einmal die anderen holen oder was können wir oh Sur le pont d'Avigny.